Das kotzt echt an, das Microphone Antirator. Denkst du, ist mir nicht jetzt durch. Naja Was gibt's hier noch? Nichts mehr Hab's noch geschont So Bam Die Nance jetzt Easy Jetzt ist Tross auch noch verrückt geworden oder wie Da ran machen Aha Ach da vorne hin Das sieht nicht so cool aus Ach ich glaube ich habe einen 2 Untertitelung des ZDF, 2020 Da lang, okay Hab schon gedacht, dass es für was gut ist Ach schade, so würde das auch klappen Straws, was tust du da Straws? Oh nein Langsam bin ich echt gut geworden Einzelteile weghacken, nehmen und dann nochmal drauf schießen Hey, hey Glad to see you've got all your parts You alright? Um, yeah One of us will have to deploy it from the Gearhouse Still Ask him I stay here and uh I try to get him on his feet So, du gehst schon wieder weg Oh man Oh man, du bist echt ein Frauenheld, Digga Oh 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 Geil, ich kann das Teil da nicht rausreißen. Naja egal. Geil, Geil, Geil. 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 diese Waffe ausprobieren? Kaufen wir mal den Ripper. Weil wir den eh nicht benutzen. Kaufen diese Waffe. Mit etwas Munition. Mit etwas viel Munition. 31 Schuss, das ist doch schon mal nice. Was ist das denn? Ich glaube, das sind die Sicherer, die man einfach nicht schrotten kann. Bei denen muss man einfach nur wegrennen, glaube ich. Ja, sieht so aus. Harpune, Alter. Wie cool ist das denn? Sieht vielleicht sensationell aus, muss man sagen. What the fuck? Alter Schwede. Das sah echt nicht cool aus. Boah. Wie die Tür auch immer dann zugeht, wenn man gerade da vorbei ist. Ich meine, das ist just incredible, ne? Komm schon. Nice. Ah, nein. Deine Arme braucht doch kein Mensch. Sei froh, dass dein Kopf nicht abgetrennt wurde, Mann. Oh, Mann. Dieses Mal dachte ich, ich würde es schaffen, aber nein. Gut, dann nächstes Mal ohne. Diesmal auch mit dem Plasma-Kanter. Ah, meinst du, äh. Alter. What the fuck? What the fuck? Naja. Jetzt kann ich wieder hier mit dem hier loslegen. Was hast du eine? Oh, Mann. Wie würde es nicht anders auf? Das war's für dich. Das war's für dich. Die Situation will haunt mich für immer. Du hast, du willst, du willst. Scheiß Matsch, Alter. Ach komm schon. Alter ist das dein Ernst? Das ist so ein Range, ey. Dieses Ding. Schießt da rum, Alter. Aber ist schon cool, die Waffe macht schon Spaß. Macht echt schon Laune. Macht echt schon Laune. Das war's für dich. Woah. Das war's für dich. Das geht schon. Was ist denn überhaupt lang da lang? Was gibt's hier denn nichts? Okay. Das du glaubst du bist? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht nicht. Das ist das Ding. Hör auf uns. So, wirklich was drauf, hat die Waffe jetzt nicht, aber naja, zum Ausprobieren, war das doch ganz nett, ja, ich möchte mein, ja, ich möchte mein Equipment upgraden, lass mal sehen, gibt's da denn was tolles, was bringt mir das denn, aha. Ah, okay, das brauche ich aber nicht, meine Air Upgrades will ich auch nicht haben, sondern einfach mal so, hat mir jetzt nicht viel gebracht, aber immerhin werde ich dann beim nächsten Mal einfach direkt upgraden können, das ist doch schon ganz toll. Das ist Bloody Mary. Hauptsache ich habe keinen Helm an. Sieht schon ganz cool aus, ne? Bisschen fett, aber... Oh, nö. Das ist die Ishimura. Ja. Siehten, das ist die Pride der C.E.C. Es ist eine Schade, eigentlich. Ich hörte, dass jeder auf dem Bord hat, eine Art Terrorismus. Was? Terrorismus? Was passiert auf dem Bord? Das Bord war kein Terrorismus. Was bedeutet das? Das ist wo alles angefangen, Elie. Alles, was hier passiert, auf dem Bord. Ich sah es. Ich war auf dem Bord, wenn ich... Und schon wieder muss ich gehen. Beim nächsten Speichern, nach dem Bord, werden wir speichern und die Aufnahme für 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 die Aufnahme. Cool. Diese Minen können mir als Schutzmittel dienen. Genau. Aufnahme. Das war es schade. bugs matched시zie. Diese Geräusche, Alter. Das ging gewaltig in die Hose, aber ich darf nicht entkommen. Alter, ich kann auf die Ecke gehen. Oh lol, beide mit einem Schlag. Fuck. Fuck. Alter, ich habe keine Schlag. Ich habe keine Schlag. Ich habe keine Schlag. Ich habe keine Schlag, wenn man mal eine Schlag. Ich habe keine Schlag. Was ist das? Das ist doch gut. Was ist das? Das war schon. Da, da, da. Schön. Oh. Okay. Come on. Okay. 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 Was ist das? So, dann verabschiede ich mich hiermit und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei und tschüss.